Ja! Über die Frage, wie es mal wieder zu etwas kommen kann, und das tut es augenscheinlich im Moment sehr, von dem es jahrzehntelang gehießen hat, das darf nie wieder passieren. Viele Leute verstehen gerade nicht, warum ich so ein Problem mit dem Mundschutz habe und den Maulkorb nenne und solche Sachen. Und wenn ich dann halt eben argumentiert bekomme, geht das immer wieder um Corona. Für mich ist aber Corona ein Teil dessen, warum das alles gerade wieder solche Zustände annimmt. Und genau deswegen habe ich, ich sehe es aus einer anderen Perspektive. Es ging es mir nur um Corona, wäre ich wahrscheinlich auch sehr für einen Mundschutz. Nur sehe ich, dass Corona ein Bausteinchen in einem komplexen Mechanismus ist, der erneut zu Zuständen führt, von denen es jahrzehntelang geheißen hat, das darf nie wieder passieren. Und so viele Menschen fragen sich, wie konnte es damals dazu kommen? Wie konnte es dazu kommen, dass ein ganzes Volk dem Hitler hinterhergelaufen ist und quasi die Dinge passiert sind, von denen es hinterhergegießen hat, darf nie wieder passieren. Und das hat halt eben vor allen Dingen damit zu tun, dass das Hitler gar nicht alleine hätte bewerkstelligen können, sondern dass alles nur funktionierte, weil die Leute gehorsam waren. Ja, und zwar nicht nur ihm gegenüber, sondern vor allen Dingen etwas viel kritischerem, nämlich der Masse. Dieser Massengehorsam, dieser Gruppenzwang, der ist das Problem. Und ich sehe es heute an Auswirkungen, wie Menschen behandelt werden, die eine andere als die von oben vorgegebene Meinung vertreten. Leute, die nicht einfach so gehorsam sind. Und das ist mitunter ein Grund, warum ich auf dem Mundschutz und dem Maulkorb so rumreite, weil es für mich eine Form von Ungehorsam ist. Es geht nicht darum, dass das hier auf Kosten anderer Leute geht. Und hey, wer braucht ihr mir nicht mitzukommen? Leute sterben jeden Tag Menschen durch das System, das ihr da gerade vertretet. Aber ein ganz wesentliches anderes Problem ist, dass wir die ganze Zeit mit etwas konfrontiert sind, das sehr, sehr daran erinnert, wie das damals war, nämlich diese sogenannte Nazikeule. Schaut euch mal bitte an, wie mit Menschen umgegangen wird, die gerade nicht die von oben vorgegebene Meinung vertreten. Die werden denunziert, die werden angeschissen, die werden entfreundet, die werden angegiftet und angegriffen. Die werden als Nazis bezeichnet, die werden als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Und das hat nichts mit Verschwörungstheorien zu tun, wenn jemandem auffällt, dass hier gerade etwas nicht so ganz sauber ist. Und wenn man dann auch mal anfängt genau hinzugucken, da sieht man auch etliches, was alles andere als sauber ist. Und wenn dann solche Leute, die vorher zum Teil sehr angesehene Menschen waren, dann aber halt eben, wie zum Beispiel irgendwelche Wissenschaftler, die jetzt halt eben zum Beispiel die Meinung der Mainstream-Medien nicht vertreten, dann halt als Verschwörungstheoretiker abgestempelt werden. Und Leute, die halt eben nicht so ganz einverstanden sind mit dem, was die Regierung macht, automatisch als Nazis abgestempelt werden. Und nicht von irgendwie jetzt nur den Medien oder Politikern oder sonst was, sondern von stinknormalen Menschen aus dem Volk, im Facebook, im YouTube, überall auf den sozialen Netzwerken, die dann entfreundet werden und harsch angegangen werden. Und bloß weil sie gerade anders denken, dann erinnert mich das ganz, ganz wahnsinnig an 1933 bis 1945 und eben genau diese Dinge, die eigentlich nie wieder passieren sollten. Und dumm ist, und das kann man halt eben überall sehen, dass das vor allen Dingen durch die Leute hervorgerufen wird, die die ganze Zeit brüllen, das darf nicht wieder passieren. Und ihr seid alle Nazis. Die Nazis hätten sich über solche Mitarbeit gefreut. Weil wenn sich irgendjemand fragt, wie das damals dazu kommen konnte, genau so, genau so. Und genau diese Leute, die gerade nicht in der Lage sind, anders denkenden Menschen ihren Freiraum auch zu geben, das sind genau die, durch die das damals so gekommen ist. Diese Obrigkeitshörigkeit ist fatal. Die ist tödlich. Nicht nur potenziell für jeden Einzelnen von uns, sondern für die Freiheit, für die Menschlichkeit, für die Gerechtigkeit. Denkt mal drüber nach. Wir alle haben die Macht, Tollstes hervorzubringen. Und wir alle haben die Macht, Grausamstes hervorzubringen. Und wenn wir uns grausam verhalten, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die Welt grausam ist. Und wenn wir uns liebevoll verhalten und respektvoll, dann wird sie genau so werden. Aber das ist alles in unseren Köpfen. In unseren Köpfen treffen wir die Entscheidungen, was wir unsere Hände tun lassen. Aber wenn wir da noch nie mal angefangen haben, zu beobachten, oder überhaupt erst mal uns die Frage zu stellen, was tun meine Hände eigentlich den ganzen Tag? Und warum tun sie das? Und was für Auswirkungen hat das Ganze? Dann sehe ich es sehr schwarz, weil dann sind wir doch einfach nur eine Zombie-Gesellschaft. Und dann braucht sich auch keiner mehr über jemand anderen aufzuregen, weil er anders denkt. Denkt einfach mal drüber nach. In diesem Sinne, Tschüss mit F. Habt euch lieb, lasst es euch gut gehen, macht das Beste aus eurem Tag. Und versucht mal, die anderen in Ruhe zu lassen. Bloß, weil sie anders denken, sind das immer noch eure Geschwister. Und die wollen euch nicht, bloß weil sie anders denken. Sie stellen einfach nur in Frage, ob das, was wir tun und lassen sollen, tatsächlich für uns alle das Richtige ist. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus